Bevor wir ACMP von der Firma Argon kennengelernt haben, standen wir vor der Herausforderung, dass wir hier sehr viele verschiedene Client-Modelle, also Client-PCs, eingesetzt haben oder auch immer nur einsetzen. Hinzu kommt, dass wir in der Stadtverwaltung ganz viele verschiedene Anwendungen haben und das war halt die große Herausforderung, das nicht mehr händisch zu machen und das Ganze möglichst automatisiert auszurollen. Mein Name ist Michel Viage, aktuell bin ich der Amtsleiter und IT-Leiter der Stadtverwaltung UNAM. Dadurch, dass man so viele Geräte im Einsatz hat und versucht, die dann zu administrieren und auf aktuellsten Stand zu halten, ist das natürlich, wenn man das alles händisch macht, bei 6 bis 7 Monaten oder teilweise sogar bis zu 1.000 Clients, ein riesen Aufwand, ein riesen Zeitaufwand, ein riesiger Verbrauch von Ressourcen. Da haben wir halt einfach eine Möglichkeit gesucht, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten. Schlussendlich haben wir alle Softwarehersteller, die bei uns in die engere Wahl kamen, zu uns eingeladen und das einzige Unternehmen, was es wirklich geschafft hat, uns zu freienzustellen, war die Firma Argon mit ihrem damaligen Clientsystem ACMP. Das Clientmanagement nutzen wir hauptsächlich, um unsere kleinen PCs auszurollen, von unterschiedlichen Herstellern und in unterschiedlicher Konfiguration. Es muss keiner mehr händisch Hand anlegen. Dann haben wir zusätzlich den Helpdesk im Einsatz, das Assetmanagement und das Lizenzmanagement. Es gibt jede Menge Softwarehersteller, die mittlerweile alle ihre Software über Lizenzen bereitstellen und da halt den Überblick zu haben und diese dann auch zu verwalten und zu gucken, ob man über- oder unterlizenziert ist. Das ist für uns eine riesen Erleichterung, da Lizenzmanagement selber ein sehr rufenreiches Thema ist und ACMP unterstützt uns da super. Der Support von Argon ist wirklich ganz besonders. Man hat keine langen Wartezeiten. Da sind wirklich Techniker am Einsatz, die sofort Bescheid wissen, sich aufschalten und einen unterstützen. ACMP könnte besonders wertvoll für Unternehmen sein, wenn die viel mit Automatisierung von Client-Rollouts, Software-Rollouts arbeiten möchten, dann bietet das Client-Management von ACMP natürlich einen riesen Vorteil.